Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Beatrice Bürger, ich bin 36 Jahre und möchte dich gerne herzlich dazu einladen, ein wenig über den Tellerrand zu schauen. Es geht unter anderem darum, wie du am besten ein Team leiten kannst, überhaupt ein Team haben kannst. Es geht darum, wie du als Unternehmer wachsen kannst und vor allen Dingen, du siehst es hier gerade im Hintergrund, ich befinde mich momentan in Costa Rica nicht im kalten Deutschland und das ist meine nächste Intention, dass du international arbeiten kannst. Das aller allererste ist zum Beispiel, was ich dir mitgeben möchte als Tipp und zwar ein Team zu haben. Ich lege dir das so sehr ans Herz. Ich habe mich 2006 selbstständig gemacht. Ich bin ursprünglich Office-Managerin gewesen, also komme aus dem Bereich Management, auch das ist die Nation Management, habe viel international gearbeitet und es hat viel mit Organisation zu tun, mit Verantwortung, mit Präsentieren und so weitgreifend, dass ich da gar nicht so jetzt ins Detail gehen möchte. Es geht vor allen Dingen darum heute, dass du lernst, Nein zu sagen. Denn auch ich habe diese Schwierigkeit gehabt, jahrelang, dass immer wieder mein Schreibtisch ist gewachsen und gewachsen, die Sachen, die haben sich gestapelt. Dann kommt ein Anruf, dann kommt noch ein Anruf und die E-Mails kommen rein. Der verantwortliche Geschäftsführer, der Kunde, der Klient, was auch immer, steht dann im Raum, im Büro, mach mal das, mach mal das. Und als das so überhand genommen hat, ja, habe ich für mich selber etwas durchgezogen, was viele selbst mit 60 nicht schaffen. Und zwar lernen, Nein zu sagen. Das ist essentiell. Du schaffst dir damit Freiraum, du schaffst eine gewisse Wand, die du dir aufbaust als Sicherheit, weil du kannst weder zaubern, noch kannst du die Welt retten. Das wird nicht funktionieren. Du kannst nur dich selber retten und dafür sorgen, dass du in deiner Mitte bleibst. Also gib den Sachen, die du auf deinem Tisch hast, Prioritäten. Was ist wichtig? Was ist dringend? Was ist vielleicht nicht wichtig, aber trotzdem muss es gemacht werden? Du kannst es aber machen lassen von jemand anderem. Wenn du zum Beispiel andere Mitarbeiter hast, wenn du andere Kollegen hast, die genau in diesem Gebiet besser sind oder du hast einen Azubi gerade, der das übernehmen kann, versuch die Sachen, die da sind, zu delegieren beziehungsweise wenn sie unwichtig sind, sie können weg, weg, raus, weg aus deinem Schreibtisch, raus aus deinem Regal und wenn dann der Nächste kommt und möchte von jetzt auf gleich etwas von dir haben, dann delegiere. Dann gucke, kann das jemand anders machen? Ist das wirklich wichtig oder ist das vielleicht dringend? Manche Sachen sind wichtig, aber nicht dringend. Das sind genau die Dinge, auf die du achten solltest. Wenn etwas dringend ist, aber nicht wichtig, dann müssen sie machen, dann brennt irgendwo was, aber diese Sachen halten dich von dem wirklich Wichtigen ab und deswegen lerne verdammt nochmal Nein zu sagen. Manche Sachen können auch bis morgen warten. Manche Sachen können auch zwei Tage noch warten und liegen bleiben. Wenn immer auch jemand etwas möchte, möchte er es in der Regel immer sofort haben. Die Leute schauen nicht über den Teller ran. Die haben etwas auf dem Tisch, das soll gemacht werden und am besten vorgestern. So funktioniert das aber nicht, weil genau in diesen Momenten, wo du schnell arbeiten musst, wirst du irgendwann unkonzentriert. Du wirst unkonzentriert, du bringst gewisse Sachen vielleicht durcheinander und es schleichen sich Fehler ein. So einfach ist das. Und dann hast du eine Präsentation, wo du dann denkst, deutsche Sprache, schwere Sprache und verdammt nochmal, hättest du dir vielleicht einfach nur nochmal 20 Minuten Zeit genommen und diesen Text nochmal kurz kontrolliert. Dann wäre das nicht passiert. Das ist natürlich auch eine Kunst, dann in solchen Situationen damit umzugehen und umzuswitchen und das quasi nicht zu ernst zu nehmen und vielleicht mit Scham, mit ein bisschen Witz drüber zu stehen und einfach vielleicht einen Spruch zu machen. Das kann dich ja auch wachsen lassen, aber letztendlich ist das die Essenz. Lerne, Nein zu sagen. Als Unternehmer ist es auch ganz, ganz wichtig, du kannst nicht alles alleine machen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, ich bin Einzelkämpfer gewesen, Jahre, Jahre lang. Und ich liebe meinen Job. Vielleicht kannst du das nachempfinden und hast genauso eine Tätigkeit, die dich erfüllt. Und ich wünsche dir, dass du genau jetzt in diesem Moment sagst, ja, die habe ich. Falls das nicht so ist, dann liegt es nur an dir, diese Sachen zu ändern. Und dann, jede Sekunde, jede Sekunde hast du die Macht, etwas in deinem Leben zu ändern. Es ist dein Alltag, es ist dein Leben, es ist deine Gesundheit, es ist dein Körper, möchtest du abnehmen oder nicht. Und ich schweife jetzt gerade ab, weil es geht um Unternehmertum und nicht um deine Gesundheit. Dazu zu einem späteren Zeitpunkt gerne wieder. Lerne zuzulassen, Menschen zu vertrauen. Und du brauchst in der Regel, wenn du wachsen möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, wenn du mehr Zeit haben möchtest für dich und deine Familie, brauchst du ein Team. Ob das eine Person ist, die dich unterstützt oder ob das 100 sind, das liegt natürlich im Ermessen des Unternehmens, dem Geld, was du dir vorstellst, was du dir wünschst. Das sind Sachen, die jetzt sehr pauschal sind, da gehe ich nicht in die Tiefe ein, sondern ich bleibe genau einfach nur bei dem Thema, schaff dir ein Team an. Und nach über zehn Jahren war ich so weit und habe mir ein Team angeschafft. Ich bin so dankbar dafür, denn ich möchte es heute euch auch gerne vorstellen, aber dazu später. Der Punkt ist, es gibt Menschen, die unter Umständen besser sein können als du. Vielleicht bist du jemand, der so denkt, nein, ich weiß alles besser. Ich weiß ganz genau, wie ich das haben will. Ich weiß ganz genau, wie meine Website aussehen soll. Ich weiß ganz genau wortwörtlich, wie die Texte aussehen sollen. Ich weiß am besten, wie die Präsentation zu führen ist, wie man vorne steht und wie man sie hält. Ja, sorry, aber Wissen heißt längst nicht alles. Denn es gibt unter Umständen, dass auch Menschen, die du noch nicht kennst, die wesentlich besser sind, Grafikdesigner, Texter, nicht für umsonst gibt es Leute, die so etwas studieren. Die haben Fachwissen, die haben Kreativität, das ist ihre Leidenschaft. Warum nutzt du sie nicht? Es gibt Menschen, die nur Buchhaltung machen, weil ihr Leben die Zahlen sind. Ja, dann nutze diese Menschen. Du magst es nicht, Rechnung zu schreiben? Ja, dann jahoo. Dann gebe diese Aufgabe jemand anderen. Die sind schneller, die sind meistens effizienter, effektiver. Und du gibst wahrscheinlich weniger Geld aus, dass du dafür diese Person bezahlst, als dass du es selber machst. Denn rechne mal um, wie viel eine Stunde für dich kostet. Was bist du wert? Was kostet eine Stunde bei dir? Machst du es dann lieber selber? Oder möchtest du vielleicht für die Hälfte oder für einen Bruchteil dieser Stunde diese Aufgabe einfach abgeben? Sparst dabei sogar noch Geld? Kannst dafür andere Sachen machen? Oder hast einfach nur Freizeit? Viele wissen gar nicht mehr, was Freizeit ist. Viele nehmen sich die Aufgaben von der Arbeit mit nach Hause und arbeiten noch bis in die Nacht hinein. Ich bin einer davon gewesen. Bist du Workaholic? Welcome im Club. Aber das Problem ist, irgendwann holt dich deine Gesundheit ein. Irgendwann wachst du auf und erkennst, wow, verdammt nochmal, hätte ich doch mal. Und deswegen lerne Nein zu sagen. Lerne Menschen zu vertrauen. Schaff dir ein Team an und delegiere. Alles, was du nicht selber machen musst, musst du nicht selber machen. Mein Team besteht unter anderem aus vier Leuten, zuzüglich meiner Person. Die erste Dame, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Stephanie. Und ich bin so dankbar für sie, weil sie ist im Hintergrund quasi das Bindeglied zwischen dir, zwischen meinen anderen Teammitgliedern und meiner Person. Also sollte jemand sich melden, dann ist es höchstwahrscheinlich Stephanie. Sie macht die ganzen Interviewtermine. Sie schneidet ein in Terminen überhaupt allgemein gesehen. Die Podcasts, sie ist dabei, E-Mails zu beantworten und koordiniert alles so ein bisschen. Also sie ist mein Steckenpferd, was alles so ein wenig zusammenhält. Und ich bin total dankbar dafür. Projektorganisation. Dann gibt es Marleen. Marleen ist die Dame hinter der digitalen Welt. Das ist eine Welt, die ich nicht mag und deswegen, die ich nicht mag, ist jetzt vielleicht falsch, aber die mir persönlich nicht so liegt. Und Marleen ist die Fachkraft, die wohlwollende, energiebelahende, digitale Dame für die Homepage, für Online-Marketing. Und wann auch immer ihr technische Fragen habt, dann kommt das in der Regel meistens bei ihr auf den Tisch und sie antwortet euch gerne. Oder ihr findet die Sachen in der Q&A. Auf der Website, da findet ihr natürlich auch gewisse Antworten, die bereits vorgefertigt sind. Wen gibt es als nächstes? Serpiel. Serpiel hat eine etwas andere Geschichte, denn sie lebt in der Türkei. Das ist das Schöne an meinem Team, denn letztendlich lebt jeder irgendwo anders und wir arbeiten nur digital. Wir sind theoretisch digitale Nomaden. Und die Serpiel in der Türkei, sie ist dafür zuständig, die Texte zu kontrollieren, mir zuzuarbeiten, was Texte betrifft. Sie gibt auch den ein oder anderen Kommentar ab, bei Instagram oder bei Facebook oder auch bei YouTube hier. Und sie ist einfach das Bindeglied zwischen der textlichen Welt, zwischen dir. Sie antwortet unter anderem auch gegebenenfalls mal auf E-Mails oder so. Sie ist die Dame, die alles nochmal querliest und das Quality Management quasi in der Hand hat. Und was das digitale Arbeiten betrifft, kann ich dir gerne einen Zahn ziehen. Ich bin aus einer anderen Welt ursprünglich. Als Unternehmerin damals 2006 begonnen, lief alles mehr oder minder offline ab. Das ist heutzutage nicht mehr. Seit ein paar Monaten seht ihr mich im Internet. Seit ein paar Monaten habe ich hier diesen YouTube-Kanal. Und ich zeige dir einfach, wie es anders gehen kann, wenn du noch einer von denjenigen bist, die offline arbeiten. Ich finde immer mehr Gefallen daran. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang Angst gehabt. Ich wusste auch nicht, wie es funktioniert, aber es klappt super. Und deswegen, ja, da wo die Angst ist, geht der Weg lang. Probier es einfach aus. Wenn es in dein Unternehmen reinpasst, wenn du denkst, wow, du würdest gerne wachsen in deinem Unternehmen, probier es aus. Wenn du Unterstützung brauchst, was das betrifft, dann buch dir einfach ein gratis Erstgespräch bei mir unten in den Shownotes. Das ist der Link dazu. Und dann unterstütze ich dich, dann gucken wir, wie wir zusammenarbeiten können, arbeite eine Strategie aus und ich zeige dir, wie es funktioniert. Ja, und dadurch, dass ich ursprünglich aus dem Management komme, ist ja bei mir so, dass ich alles strukturieren möchte, alles koordinieren möchte und irgendeine Art und Weise viel, 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 viel Struktur halt drin habe. Es ist nicht immer alles so einfach, aber es funktioniert. Und damit wir auch ein wenig Manneskraft dabei haben, ist Sebastian da. Ja, wir haben also auch einen Kerl in der Runde. Sebastian kümmert sich um den Videoschnitt, der unterstützt mich bei den Podcasts. Er unterstützt mich auch hier bei YouTube, also unter Umständen, wenn da etwas ist, dann wird sich vielleicht auch der Sebastian mal melden. Er arbeitet auch im technischen Bereich dahinter, also falls irgendwelche Mängel sind, auch auf der Website oder so, er kontrolliert ganz viel und er ist wirklich straight. Und das finde ich total toll, weil Frauen und Männer, seien wir mal ganz ehrlich, die denken einfach anders. Und das ist etwas, was wir alle früher oder später im Leben lernen, im Berufsleben vor allen Dingen explizit. Da kann ich dir wirklich wärmstens empfehlen, solltest du eine Frau sein, setz dich durch. Es gibt Menschen, die haben Probleme mit Männern, beruflich gesehen. Es gibt Menschen, die, also Frauen, die Probleme haben mit anderen Frauen, mit anderen Berufsklassen, mit Verantwortung, keine Verantwortung. Egal, was für eine Position du hast, versuche zurückzuschauen und erstmal zu gucken, okay, wofür stehe ich denn eigentlich ein? Und dann wirst du sehen, dass es total egal ist, ob du Mann bist oder ob du Frau bist, setz dich durch. Hab Vertrauen in dem, was du da leistest und sei dir selbst einen Preis wert. Das macht so viel aus, weil es auch eine gewisse, das hat Charisma, das hat Atmosphäre, das hat einfach eine ganz, ganz andere Präsenz dem Kunden, den Gästen, wo auch immer du arbeitest gegenüber. Und es funktioniert digital. Mittlerweile, wir können uns nicht mehr dagegen wehren. Es funktioniert. Yes! So, dann haben wir als nächstes international arbeiten. Das ist der dritte Punkt, den ich hier heute ansprechen möchte. Wir haben schon wieder fast eine Viertelstunde rum. Ich hoffe, dass du mir jedes Wort, was ich hier sage, weil ich freispreche, ich habe keine Texte hier auf dem Tisch liegen, dass du mir jedes Wort, wo ich mich verspreche, einfach nicht so auf die Waageschale legst und mir verzeihst. Und alles andere zieh dir raus, nimm dir mit. Alle Empfehlungen, alle Tipps, was für dich in deinem Alltag, für dein Berufsleben, für dein Leben allgemein zutrifft. Nimm es mit und setz es um. Also, international arbeiten möchtest du. Warum machst du es nicht? Warum machst du es nicht? Diese Frage beantworte für dich ganz alleine. Was sind deine Hindernisse? Was ist der Punkt, weshalb du deine Mauer, deine Sicherheitsmauer nicht überschreiten kannst? Und wenn du dir da im Klaren bist, dann kannst du den nächsten Schritt erst gehen. Denn der nächste Schritt ist, Alternativen zu finden. Alternativen zu finden, dass du genau diese Mauer durchbrichst. Dass du wächst, dass du weißt, okay, du kannst den, 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 den Schritt wählen. Was würde passieren, wenn? Und dann die Basis zu schaffen. Vergiss alles, was die anderen sagen. Vergiss alles, was dein Umfeld über dich denkt. Ob du zum Beispiel als digitaler Nomade international arbeiten möchtest. Ob du vielleicht expandieren möchtest mit deiner Firma, weil sie groß genug ist und groß gewachsen ist. Du möchtest Produkte vertreiben in anderen Ländern. Du möchtest vielleicht deine Dienstleistung in anderen Ländern vertreiben. Also dich selber verkaufen. Du möchtest einfach nur auswandern und von da aus ein neues Leben beginnen und dort neu arbeiten. Ja, juhu. Melde dich bei mir. Ich kann dir so viele Tipps geben. Hier von vornherein erstmal. Sprech die Landessprache. Es ist einfach so. Wenn du nicht wenigstens Englisch sprechen kannst, dann kommst du nicht weit. Also beginn den ersten Schritt und lerne die Sprache, die du in diesem Land brauchst. Wenn es vielleicht in China ist, dann ist es nicht notwendig. Dann musst du gucken, okay, was brauche ich für eine Zeit? Was muss ich tun, um Chinesisch zu lernen? Oder reicht unter Umständen auch dein Englisch aus? Vielleicht einfach nur nochmal auffrischen. Denn letztendlich, es geht alles. Die Leute fliegen zum Mond. Die Leute, die bauen fliegende Autos. Ich könnte nicht mal ein Fahrrad bauen, aber ich kann international arbeiten. Du möchtest im Tourismus arbeiten? Ich bin als Destination Manager beispielsweise über sieben Monate in Thailand gewesen. Und diese sieben Monate in Thailand, die waren so effizient und so essentiell. Da ist ein Traum von mir wahr geworden, den ich fünf Jahre zuvor geträumt hatte. Ich sage nur, deinen Wunsch ins Universum schicken. Das funktioniert. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Das geht manchmal ganz schnell. Was wünschst du dir? Wo möchtest du arbeiten? Welche Schritte sind dafür notwendig? Unabhängig von der Sprache. Wie sind die Gegebenheiten? Möchtest du etwas kaufen? Möchtest du eine Firma gründen? Möchtest du einfach nur die Kontakte haben und von Deutschland aus arbeiten? Dann gucke, was für regionale Agenturen gibt es. Was für lokale Firmen gibt es im Handel beispielsweise, die dich dabei unterstützen können, die notwendig sind? Was sind für Formalitäten notwendig? Was für Rechte und Pflichten? Diese ganzen Punkte musst du vorher zusammentragen, damit du überhaupt weißt, okay, geht das oder geht das nicht? Und wenn es nicht geht, warum geht es nicht? Was kannst du tun, damit es geht? Und ich bin hier in Costa Rica und erzähle dir nicht einfach irgendwas. Ich spreche authentisch und ich lege da ganz, ganz dollen Wert drauf mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mit den Kunden, die ich habe, die ich unterstütze, dass sie ebenfalls echt und authentisch sind. Ansonsten macht das alles für mich keinen Sinn. Ich bin hier in Costa Rica und ich habe mir lange Jahre gewünscht, ein eigenes Grundstück hier zu haben und hier meine Firma zu gründen. Und genau dieser Wunsch ist geschehen. Ich habe ein Grundstück. Ich baue seit Anfang Januar 2019 an meinem Haus und ich habe seit August 2018 meine Firma hier gegründet. Seit einer knappen Woche, seit ein paar Tagen habe ich hier ein Konto und es geht alles. Du musst es nur wollen. Und ich persönlich bin ein Mensch, der einen Schritt nach dem anderen geht. Nicht holterdiepolter, weil ganz oft ist es so, dass die Leute entweder in einem Moment, wo sie einen Schritt gemacht haben und alles aufgegeben haben, dann aufwachen und merken, oh verdammt, das ist doch nicht so, wie ich wollte. Ich wandere mal wieder zurück. Oder sie merken, verdammtes Geld reicht nicht. Ich habe zu viel Geld ausgegeben und es kommt nichts mehr rein. Oder sie haben Angst. Ja. Und wenn du Angst hast, diesen Schritt überhaupt zu gehen, dann frag dich, warum hast du Angst? Da, wo die Angst ist, geht der Weg lang. Bleib dir selber treu und glaub da dran. Bleib dir selber treu. Und mein Leitspruch ist, seit einiger Zeit wirklich der eine will, der andere macht. Und genau mit diesem Mutmacher möchte ich gerne dieses Video beenden. Wenn auch immer ich dich unterstützen kann, melde dich gerne bei mir. Und ja, es gibt so viele Sachen. Es gibt zum Beispiel auch den Blog, den ich seit einiger Zeit neu habe. Da findest du auch ein paar Infos, wie du zum Beispiel an Geld kommst, international. Wie sieht es aus mit Internet? Und ja, einfach so ein paar Tipps, die ich dann nach und nach jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter vervollständige. Guck da einfach immer mal wieder vorbei. Und ansonsten buch dir einen Termin bei mir fürs Erstgespräch. Dann gucken wir mal strategisch, was wir da mit dir zusammen machen können. Oder du kriegst einen kleinen Tritt in den Hintern, wenn du ihn nicht vielleicht schon gemacht hast. Es gibt einen Gratis-Online-Kurs. Das ist ein Fünf-Schritte-System, was ich dir ans Herz lege. Und ich gebe dir damit wirklich einen Tritt in den Hintern. I'm so sorry. Aber manchmal muss man einfach auch Tarreles sprechen. Also, was sitzt du auf deiner Couch? Fang einfach an. Und ja, das wird schon irgendwie. Ich glaube an dich. Also bleib dran. Und der Costa Decana hier, der sagt immer so schön Pura Vida. Und genau das Pura Vida, das pure Leben, das wünsche ich dir. Also, alles, alles Liebe, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Kanal abonnieren. Dann wirst du regelmäßig Infos von mir bekommen und Input und auch einfach so ein paar Motivation Talks, dass du rauskommst aus deiner Komfortzone. Also, tschakka.